Hey Leute, heute mit dem Thema Chancen und Möglichkeiten gegenüber offen zu sein ist fast wichtiger als die Ziele selbst. Im letzten Video halte ich es sehr stark davon, wie ihr zu Disziplin kommt und wie sie sich auf eure Ziele auswirkt. Dass Motivation und Bestätigung am besten durch eigene Arbeit an sich selbst, aus unserem Innersten kommen sollte. Das hängt alles mit der Tatsache zusammen, dass es im Leben nie unbedingt so laufen muss, wie wir das gerne hätten. Selbst unsere Vorbilder stehen nur durch die eigene Einstellung und den Anspruch an sich selbst da, wo sie heute sind und nicht, weil es unbedingt ihr Ziel war, genau das zu erreichen. Wenn ihr euch ein Vorbild nehmt, schaut euch mal genauer an, was sie dafür getan haben, um dort anzukommen, wo sie heute stehen. Und denkt euch nicht nur, dass ihr genau an ihrer Stelle stehen wollt. Die Chance, genau das oder das Gegenstück für sich selbst zu erreichen, steht tausendmal schlechter als einfach etwas auf dieser Ebene zu erreichen. Etwas für euch vom Wert her gleichbedeutendes, was aber tatsächlich auf euren individuellen Lebensweg und eurer Arbeit folgen kann. Und hier kann niemand in die Zukunft schauen, weswegen es schwierig ist, seine Ziele ganz genau zu definieren. Man kann Großes erreichen wollen und ein Ziel anstreben. Daran ist absolut nichts Falsches. Aber meiner Meinung nach sollte der Hauptteil der Arbeit immer sich selbst betreffen. Man macht etwas dafür, um sich selbst zu steigern, um glücklicher zu werden, um selbst an einen bestimmten Punkt zu kommen. Wie dieser Punkt zu dem Zeitpunkt dann aussieht, wenn man das definiert, kann man möglicherweise schnell enttäuscht werden. Selbst wenn man ihn dann erreicht, denn was man sich damals vorgestellt hat und wieso man das wollte, das kann dann komplett anders aussehen. Bestes Beispiel ist Ex zurück. Ihr wollt eigentlich eure schönsten Momente miteinander wiederholen. Aber meistens hattet ihr zum Ende der Beziehung schon nicht mehr den Menschen vor euch stehen, den ihr zu diesen schönen Momenten erlebt habt. Und selbst wenn ihr wieder zusammenkommt, dann ist ihre Entwicklung zu dem Zeitpunkt nichts, was ihr einschätzen konntet. Daher wird es niemals so, wie ihr euch das vorstellt. Die Möglichkeit darauf besteht, aber sie ist geringer, als wenn ihr mit etwas Neuem rechnet, was auch schön sein kann. Es muss aber nicht dementsprechend, was ihr wolltet. Wenn ihr euch jetzt so sehr auf dieses Ziel versteift, genau das haben zu wollen oder anderes Beispiel, der CEO von Siemens werden zu wollen, anstatt einfach zu sagen, dass man auf diese Ebene möchte, dann schießt man sich auf eine Zukunft ein, die man nicht komplett selbst kontrollieren kann und geht Kompromisse und Zeiten des Unglücks ein, die nur dafür gut sind, um dieses selbsternannte Ziel zu erreichen. Wenn es das ist, was ihr wirklich wollt, schön. Aber meistens ist es das, was wir damit verbinden, das erreicht zu haben. Weil wir fühlen wollen, was dieses Vorbild, das wir uns setzen, nach außen ausstrahlt. Weil wir das haben wollen, was er hat. Jedenfalls das, was wir denken, was er hat. Nicht nur muss das nicht den Tatsachen entsprechen, sondern kann oberflächlich gedacht und nur präsentiert sein. Das wirklich Schlimme daran ist, dass wir mit diesem absoluten Fokus auf das Ziel nicht mehr offen für die Chancen sind, die sich uns am Wegesrand eröffnen. Meistens sind es genau diese Chancen, mit denen erfolgreiche Personen eine Abzweigung in ihrem Leben gegangen sind, die sie letztendlich zu ihrer aktuellen Position geführt hat. Ausnahmen bestätigen gerne mal die Regel und ich sehe auch nichts als unmöglich an. Diese absolute Wille, sein Ziel zu erreichen, ist bewundernswert. Unter Umständen. Denn dahinter ist meistens ebenfalls der Wille und das Denken, dass man nur in dieser Position erreichen und erhalten kann, was man haben will und was man braucht. Ob das ein Fehlschluss war, wird nicht in Frage gestellt. Denn diese Leute haben erreicht, was sie erreichen wollen. Sie haben sich dadurch selbst bestätigt, dass sie es schaffen können und daran kann man sich gern ein Beispiel nehmen. Ich würde allerdings zu jeder Zeit vorziehen, mir eigene Ziele auf Basis des eigenen Bewusstseins zu setzen. Also was macht mich glücklich? In welche Richtung muss ich mich entwickeln? Um wieder auf die Chancen und vielleicht mich als Beispiel zurückzukommen. Ich war, als ich aus der Schule kam, komplett ambitionslos. Das heißt, keine Ziele, nichts. Der Weg, der sich aus meiner Erfahrung und meiner Erziehung ergeben hatte, war klar. Ich werde Arbeitnehmer, am besten in einem großen Unternehmen in der Industrie, Sessel, Furzer, 35 Stunden Woche, bloß nicht zu viel Arbeit, aber das Gehalt muss gut sein. So wie man sich das eben denkt, wenn man im Wirtschaftsgymnasium bisher durchschnittlich immer bis 1 Uhr Schule hatte und noch zu Hause wohnt. Keine Ahnung von nichts eben. Und den Weg habe ich dann auch eingeschlagen. Der hat mich unglücklich wie noch was gemacht und zu immer heftigerer stressbedingter Migräne geführt, weil ich nie gelernt hatte, dass es im Leben nicht darum geht, Holzwege zu Ende zu gehen, sondern zu finden, was einen erfüllt. Das zu finden wäre meine Mission gewesen und nicht mich montags schon wieder auf Freitag 14 Uhr zu freuen. Das nahm dann einige Stationen, in denen ich mich immer wieder kurzfristig etwas wohler und dann wieder schlechter fühlte. Ab und an habe ich mich immer auch irgendwo hochgearbeitet, aber letzten Endes ging es immer in die Richtung, dass ich mir außerhalb der Arbeit Wissen und Fähigkeiten in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit angeeignet habe und das so gut es ging an andere weitergegeben habe. Mal in der Buchhaltung, dann im Fitnessbereich, mal auf der Arbeit, mal im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber mir fehlte nach wie vor der Purpose. Ich hatte einen klaren Weg und auf dem wollte ich auch vorankommen. Ein 5-Jahres-Plan mit Haus, Hochzeit, Kindern, im Job weiterkommen. Tatsache ist, ich war zu fokussiert darauf und ich wollte es zu sehr. Ich habe nicht links und rechts geschaut und erst als der Crash kam und das Ziel nicht mehr realistisch war, ist mir aufgefallen, dass es schon längst überholt war. Dass mich das schon lange nicht mehr glücklich gemacht hätte und ich Möglichkeiten nicht wahrgenommen hatte. Chancen waren da, einen Weg einzuschlagen, der mich auf die gleiche Ebene gebracht hätte. Mir das gegeben und mich das hätte fühlen lassen, was ich wollte. Aber ich wollte von meinem Weg nicht abweichen und je später man das bemerkt, desto mehr Zeit verschwendet man auch. Mein Weg damals war im Nachhinein falsch. Das muss er bzw. euer Ziel nicht sein. Aber im Leben schafft ihr euch durch die Entwicklung und durch eure eigenen Stärken immer wieder Chancen und Möglichkeiten. Seid offen dafür, die können euch weiterbringen, als ihr denkt, wenn sie euch und dem entsprechen, was für euer Glück verantwortlich ist. Ihr seid niemals gezwungen, einen Weg zu Ende zu gehen, weil ihr denkt anders nicht euer Ziel erreichen zu können. Euer Ziel ist meistens das Gefühl, die Unabhängigkeit, die Freiheit, das tun zu können, was ihr liebt. Ich stehe jetzt hier und helfe Menschen dabei, ihren Weg zu finden und sich so aufzubauen, wie ich es von Anfang an hätte tun sollen. Das erfüllt mich. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich brauche mir keine Gedanken, um Geld zu machen. Jetzt gerade zumindest nicht. Ich will mich da noch weiterentwickeln und bin für Möglichkeiten und Chancen offen, weil ich genau weiß, je mehr ich mich selbst aufbaue, desto mehr Möglichkeiten und Chancen stehen mir auch offen. Sie sind selbst erarbeitet. Sehr, sehr selten ist es einfach nur Glück, dass jemand wirklich etwas Außergewöhnliches erreicht. Es sind die Chancen, die er erkannt und genutzt hat. Es ist die Tatsache, dass er sich nicht limitiert und als Fachidiot zu Hause gesessen hat, sondern er seinen Willen und seine Ziele dazu benutzt hat, um sich dahin zu bringen, dass sich ihm diese Chancen früher oder später eröffnen. Letztens habe ich The Last Dance gesehen, diese Doku über Michael Jordan. Der wollte anfangs nicht zu Nike, damit sie ihm die Schulserie R. Jordan machen. Er wollte unbedingt zu einer anderen Firma. Ich glaube, es war Adidas. Seine Mutter hat ihm dann gesagt, er soll gefälligst hingehen und sich wenigstens anhören, was sie zu sagen haben. Wäre er damals nicht offen für die Möglichkeit gewesen, hätte er einige Millionen weniger auf dem Konto. Aber auch hier, dem ging sehr viel Arbeit und ein Purpose voran. Und dieser absolute Wille, Bestätigung aus sich selbst herauszuentwickeln und darüber seine Ziele zu erreichen, das macht erfolgreiche, attraktive und am allerwichtigsten glückliche Menschen aus. Sein Innerstes zu verstehen, daraus unerschütterliche Ziele zu entwickeln und offen für selbst erarbeitete Chancen und Gelegenheiten zu sein. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!